20. Mai 2018 9.44 Uhr Richard Ringer überzeugte über die 10.000 Meter. Richard Ringer aus Friedrichshafen hat den Europa Cup über 10.000 Meter gewonnen und bei seinem Sieg gleichzeitig die Norm für die HMEM in Berlin 7. Bis 12. August deutlich unterboten. Der EM-Dritte über 5.000 Meter von Amsterdam war nach Minuten nicht zu schlagen und schob sich mit seinem starken Auftritt in London auf Platz 4 der ewigen deutschen Bestenliste nach vorne. Bei den Frauen knackte Miriam Datke als Zwölfte in Minuten ebenfalls den geforderten Richtwert für Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017